Die Bildqualität Als Bildsensor kommt bei der PowerShot SX280HS ein 1 zu 2,3 Zoll großer CMOS-Sensor mit 12 Megapixel zum Einsatz. Dessen ISO-Empfindlichkeit kann zwischen ISO 80 und ISO 6400 eingestellt werden. Bilder lassen sich dabei leider nur im JPEG-Format aufnehmen. Die relativ geringe Auflösung des Bildsensors sorgte bei anderen Kameramodellen von Canon für eine gute Bildqualität. Bei der SX280HS ist dies nicht anders. Bei niedrigen ISO-Werten bewegt sich die Bildqualität auf einem guten Niveau und liefert klassenübliche Ergebnisse. Auch bei ISO 400 tritt das Bildrauschen noch nicht zu stark auf. Erst bei ISO 800 bricht die Detailwiedergabe dann deutlicher ein. Bei ISO 1600 werden dann nur noch wenige Details wiedergegeben. Notfalls sind die Bilder aber noch verwendbar. Bei weniger Licht können die Bilder bis ISO 200 für eine Kompaktkamera überzeugen. Eine Sensorempfindlichkeit von ISO 400 liefert noch akzeptable Bildergebnisse. Ab ISO 800 fällt die Detailwiedergabe dann stark ab. Die Bilder lösen kaum noch Details auf. Insgesamt ist die Bildqualität der Canon PowerShot SX280HS damit leicht überdurchschnittlich. Einen interaktiven Vergleich der hier gezeigten Bildausschnitte finden Sie auf dkamera.de. In diesem Bildqualitätsvergleich haben Sie die Möglichkeit, die gezeigten Bildausschnitte interaktiv zu vergleichen. Hier können Sie die Vergleichskameras festlegen, sofern vorhanden ein Objektiv wählen und die Bilder in verschiedenen Situationen vergleichen. Dazu zählen die Lichtverhältnisse, Tag, Nacht oder Blitz, das Bildformat JPEG oder wenn vorhanden RAW, sowie die ISO-Empfindlichkeit. Neben verschiedenen Kameramodellen können Sie dabei auch ein bestimmtes Modell mit unterschiedlichen Einstellungen vergleichen. In diesem Beispiel zeigen wir die Ausschnitte einer Kamera bei ISO 800 und ISO 6400. Im zweiten Vergleich stellen wir die Aufnahmen bei Tag und Nacht gegenüber. Im zweiten Vergleich her. Im zweiten Vergleich hat seine Kamera über fight, wenn wir die inverted Consideration der Schüler, sowie die Be audio regelboremierung betrachten Sie bei der whatsEL-Empfassion我們拍 Im zweiten etti眼 Bond Im Moment Vielen Dank.